um hallo und herzlich willkommen zu einem neuen let's play minecraft together ähm heute mit marvin hallo und robin so um marvin wird jetzt irgendwas organisatorisches sagen wieso ich das ist doch dein kanal ich nimm nur auf ja toll aber du nimmst auf also bloß sag jetzt was ja was soll ich denn sagen ich bin nicht so der Rede gewandt hat ja auf jeden Fall geschlagen und wird nicht mehr und um wir fangen gleich mal an mit Minecraft zu spielen nein doch mit Schuss sagen ja jetzt kommen und okay wir brauchen also Bäume Fleisch ist da wir bleiben hier guckt das ist so eine schöne Stelle nein die Verschweißen wo auch heißen Baum noch guck mal über uns ein Stück Holz da hat mir wieder lustig heute war ja extrem extrem n n neulach doch nicht jürgermeister ich war gerade am hau obbauen hier ja ich auch machen Lerner hat er geimpft jetzt so hoch die Verlöse das Loll mann er hätte er nicht gemacht und gegen die Schweinchen hier hier und er kann noch mehr um was macht man denn mit von Minecraft Nr. spielen Roman vor dem eigentlich noch mal neuen Kanal anlegen oder ich mache das auf dein Kanal einfach Wollte eine neue Art von Minecraft einspielen Let's Beat Minecraft Let's Beat Minecraft ja das heißt so du musst so schnell wie mit versuchen in der Welt zu töten du bist ein Online-Sendor jetzt habe ich nur Stichys aus dem Holz zum Kaffee wir brauchen mehr holen ich würde sagen ich nehme die Kräfte auch so weit nein bleibt und wir bleiben doch bleibt und bleibt und bitte nur ein Ort der Scheiße wir gehen woanders sind das Kacke hier Korn ich hab Fleisch alles für mich und ich habe ein Apfel war toll etwas sind viel cooler die sind nämlich rot dann war man auch rot wenn sie wüten ist auf dich keine Mama als Ruder in die Durchfall hat und man dort sollten so ich guck mal wir brauchen eine neue Stelle vom Bauern der Sand hier ist voll Kacke er oder wir gehen ganz dort oben auf diesen Sand-Dingster-Bumpster-Doto doch nicht so wo siehst du den Berg dort ja da man sie nach hinten er ist er ist so geil aus dem Jahr hier schwein komm mal hier runter hier sind Zombie jetzt nicht schwein hallo es wird klar es wird gerade Nacht ja wir können uns hier unten unseren Lager aufrichten nicht lol ja das war jetzt wir haben gerade angefangen das war jetzt und wir hatten schon vorher ein paar Failaufnahmen also lol da ist ein Zombie nein was wollen wir machen ich habe Angst du meinst die Craftingbox hier herstellen voll fail ich komme hier hoch Kräfte zu schauen ja ey lass die Box bitte stehen ich mach dir die Spitzhacke ok also erst einmal vor allem eine Augen ja ja ein Feld es tut sich die Hälfte auch nicht in Ruhe ich brauche die das ist klar so jetzt machen wir erst mal ein Loch rein ich habe zu mir kommt immer wo hat das gesehen ja da hat es gesehen aber nicht aber wie im Tektivik von Hanni Boulders da hat er so eine Kippe im Mund so eine Kippe im Mund ja bleib mal bei mir ja warte kurz äh habe ich Helligkeit auf normal ja auch hell wirst du eine Steinspitzhacke haben hallo wirst du eine Steinspitzhacke haben nö doch hast du eine in was machst du für ein Scheiß ich will sagen ich habe ja toll jetzt hast du uns total Junge das ist doch ich will Sandstein ja aber wo ist jetzt unser Kräfte unsere Kräfte Kälte da unten ok heute ich immer kurz rein wo man schon Kohle wenn ich ihn muss finden so ich glaube dass ihr schon Kohle oder ja dann gibst du es mir ich habe genug Stigis ja ich fahre das mal eben ich fahre mir auch Kohle Kuhle Hammer ich würde sagen wir gehen nachher irgendwie weiter weg oder so irgendwie die grüne Landschaft und Dschungel naja ich würde sagen wir machen ja erst mal unser kleines Lager in der Höhle aber das kann man ja machen aber ich will dann kommen wir ein bisschen Eisen ja genau die ersten paar Minuten im Einkaufsen über langweilig finde ich so hoch so meinst du sagst kaputt hier mit Kohle haben wenn man es normale hinterlegt wurde so fackeln einer 2 das reicht Kuhle ab und macht so viel Spaß weisen gefunden und kohle von mir auch brauchst du nicht ein Spitzhackern auch alles dann ich bin ja du Schöntgenert du auch hier hinten jetzt wo ich glaube ich bin nicht so n 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 Hib n n n n n aber das ist n ich leuchte ja nur noch alles aus dann aber so dass ein geruch wie ich die größe kommen manchmal irgendwie komischerweise ich weiß es auch nicht so in diesem let's play wohl themen ansprechen oder sollen wir einfach nur ganz normal einfach reden oder minecraft oder was wir gerade was meinst du denn für themen zum beispiel jetzt irgendwelche fragen vielleicht was besser samsung oder nokia oder was er sich als geweis muss man er ist ja samsung besser ja oder ja was ist ja ausgeleuchtet der hammer ich will hier irgendwie warst du auch kann man mit runter konnten sich schon wieder ja was sagst du jetzt ja ja ich habe was gefunden ich habe eine neue kate gefunden boden bei diesen skillet der vom stil ich mache mal das geld kaputt hier hinten ganz unten von der höhle ach so da hätten ich will also das skelett wagt irgendwie rum hat sich was er nicht kaputt machen oder zu erinnern ich hab's kaputt gemacht Marco ist die Mikro einsteuerungen ich habe auch schon fünf eisen also von der spitze gereicht schon mal er ist noch mal was dass man auch mal zu haben und die hinten ist durch ein Kripp alle in die Hannibal zu sagen würde alter kommen wir in der einen machen erst mal hier kommen wir so tief hatte man nicht mehr er lässt erst mal dort war es ein Kripp alle ich bin der Krippe Experte so m die Krippe alle ist tot er ist am kaputt gemacht ich habe gar kein Essen mehr ich muss gerne mal hoch und den Ofen machen oder so ja machen wir hier jetzt ein Krippe ist keine Ahnung meine Eile Bruder haben wir jetzt genug ich würde sagen es ist wenn man oben gehen in die Fleisch oder sowas holen habe ich noch zwei Steaks Katerofen machen oder Crafting Box noch mal hast du keine Krippe nach der Mensch mitgenommen ne soll sein zu holen ne lasse nicht nur sein nirgendwann eine um jetzt holz verschwenden ja und ich mache unten ein bisschen was gemütlich aussieht o Kuschel Kuschel ja solch reißer paar Fackeln ab und wir so vieler hingepflanzt hast warum voll übertrieben alter überhaupt nicht die Kräfte noch setzt wo waren jetzt hier unten drunter keine Ahnung nur dem Sand r die die Menge Sand um was machst du mit dem Sand Sandstern abgebaut werden runtergekommen die aber was so blöd von der war ja genau bei uns zu mit genau macht mit uns der Kling wird alles kaputt sie so kräftigen Box-Packett hier hin ja auch noch machen offen er will machen bei der Gruppe ich pack oben Fleisch bei einem anderen noch das ich mache unten einzeln kann es mir das erste mal in die Tour legen oder so Faktion 9 ich weiß ja nicht wie viel Fleisch du brauchst aber das reicht das mal kommt mein Spitzer Kultenhaus reingelegt hast du noch heute oder so Prozent sehen kannst du mir mal zwei Stickies geben oder vielleicht immer vier Stickies so ich noch mal dass man Schwert und nach Axt an die nach oben holen bisschen Holz kurz nun an der Klinger mit doch da ja aber er hat die Erde um die Verbade da hat er mal hier links ist er ist er ja ich habe ein Erdegut ja wo willst du es pflanzen ja hier ja ich habe Knochen weil ich mit hier machen hier pflanzen hier unten die war die hier direkt hier ein nicht mit hier unten in mir machen die Leute das wächst nicht um das wächst nicht dann wächst nicht das ist ein Moment ich sag auch das wächst nicht in Bonni ist weg ich höre ich gehe nach oben und holen das ich bin das genau weil du da und weiter aus oder holen gehen meinen ja ja ich bin aber doch und ja keine Ahnung ich bin aber aber du kommst du wieder herrscher ziehen ja klar wäre ja hier auch aus der Kostin der einen PX oder kannst du es haben für dich behalten so was man schon fleisch um ich habe den Schaufel gemacht zwei müssen noch ein Eisender so ich gehe mal nach unten und kommen ein bisschen gehen aber wie tief geht es hier runter kann man um mich hier ist schon wieder so ein eklisches Geräusch so hast du dann selber hier diesen Mod Exxon bei uns Motto es gibt keine Motto Timbermott das sind man kann auch mal zu bleiben zu spielen naja ja auch selber keine Ahnung was ich gerade gesagt habe oh aber ich dachte jetzt kann mein Klopp abgestürzt aber es ist nicht so um ich habe es vorhin gefunden ne oder hier sind alle Sachen mit ja das Problem ist man muss das Brunner dem er ist er ich wollte ab er macht uns direkt an der Oberfläche war der ich finde es war es direkt an der Oberfläche ja ohne Witz das darf er truhe Eisen Sprengpulder Faden Achtung Kirsten aber da so ich brauche noch die zweite Kiste woher mal die ist da Eisen Weizen Eimer Kakaobohnen ähm hier Redstone Kakaobohnen kann man doch glaube ich in der 1.3 dann anpflanzen mehr jahren nirgendwo und Dschungelbäume ja n 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 ist schon wieder alles mehr ist ich habe immer gefunden endlich du kommst dann auch wieder ja ja ich konnte mehr ich nur kurz vor wollen ja da hinten geht ja weiter einschhafte ok ich nur ein paar naja ich habe doch eisen hier ich mache mir kurze schere kommt mir war job die nicht mehr so viel